Wer hat die Hitze? Wer hat die Hitze? Selbst den ganzen Laden in drei. Wer hat die Hitze? Sicht auf den Fahrenheit, jenseits zur Warteinheit. Diese Hitze pfft. Wer hat die Hitze? Gut Ding will Weile haben, das ist bekannt. Aber jetzt startet der Regenmacher endlich durch. Megalo liefert einen weiteren Beweis. Herz und Hirn haben auch in der oft gescholtenen Rapmusik ihren Platz. Mit You Know Who You Are vollführen Nada Surf wieder, was sie am besten können. Verzaubern mit entspanntem Pathos und melodischem Powerpop. Klingt zwar wie vor 20 Jahren, aber wen stört das schon? Punkrock muss schmutzig sein oder wenigstens witzig. Leider erfüllen die rheinischen Jungs von Massendefekt beides nicht. Zu glatt hört sich Echos an, zu versöhnlich. Synthpop haben wir in Europa schon genug. Dann noch Ausläufer aus den USA importieren? Mit zwei Schlagzeugern und toller Frontfrau sammelt Polisas United Crushers dann doch ein paar Argumente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017